jawohl damit recht herzlich willkommen zurück zu let's play overwatch mit am start der monte und der melandros viel spaß beim zuschauen und los geht's so die sind doch krank level 50 level 62 ich beschütze die unschuldigen fliegen wie ein ägypter hallo angriffsphase beginnt in 30 sekunden wo versteckst du deinen schatz raus mit der sprache du wirst den wohl kaum bei dir haben welchen schatz du hast wirklich keine ahnung wovon du da fahrt ist wenn ich mich hier so umsehen wird mir schlecht seid gegrüßt hallo 5 4 3 2 1 angriff beginnt k Der Zwerg ist down. Vorsicht gegen Verkehr! Aaaaahhh. Geschütz im Einsatzbereich. Meine Ulti ist fertig. Gel, ver, ver... Huh? Ah! Zuha! Ah! ist gar nicht angehen ist der granaten heilig ich immer wieder trifft das passiert mir nicht noch mal ja Genau das habe ich jetzt gesagt. System repariert. Das ist eure... Mein Team braucht mich. Untergriffungsamt, Ziel sammeln. Da drüben ist ein feindliches Geschwächt. Doch, 60 Sekunden. Komm, das muss doch zu backen sein da, ey. Vorsicht gegen Verkehr! Was ist denn los? Sind die alle gemütet? Ja, ich bin ja. Na ja. 38 Sekunden. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, töten, töten, töten! Noch 10 Sekunden. Boah, Alter, keine Chance. Kommst da nicht durch. Zeit für ihn zu liegen! Oh! 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 Am I! Vielen Dank.